Moin Moin und Willkommen zu Battlefield 2042, Patrick der Kämpfer zu Partoy. So, dann werden wir mal hier spielen, was wir ändern. Und dann ziehen wir wieder in den Krieg gegen die verhassten Russen. Die Russkis. Ich habe wieder eine Entkrucke. Die Russkis. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Die Welt ist wütend. Es geht los. Natürlich ist die Welt wütend. Oh, die Russe! Das Gebiet verläuft eine Barriere, die die Bewegungsfreiheit einschränkt. Koordination ist der Schlüssel für unseren Erfolg. Macht euch marschbereit. Wir nehmen natürlich wieder den schweren Panzer. Sehr klar. So, ich bin tankbereit. Wir nehmen als erstes die Bravo 1-3. Schlecht Wetter von der Horizont, Leute. Schützt euch so gut es geht. Schützt euch so gut es geht. Alliierte Truppen nehmen dich Bravo 1 vor. Alliierte Truppen haben Sektor Bravo eingenommen. Großteil der Sektoren unter unserer Kontrolle. Ressourcen für Versorgungsabwehr. .... ... Das war's für heute. die russenhafen sektor delta ihr seid traumhaft feindlich einreitend attackiert ich nehme mir charlie 1 2 ich nehme mir charlie 1 2 die 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 Achtung, Tornado! 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 Achtung! Achtung, Tornado! 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 Achtung! Achtung, Tornado! Was ist das? Halte sie sich an! Feindliche Streitkräfte bei Charlie 1. Sie haben Sektor Alpha eingenommen. Auf, auf! Schau! 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 Wir haben Sektor Bravo. Die Russen greifen alles unserer Ziele. Wir kontrollieren den Großteil der Sektoren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich lade gerade nach Ich habe das Ich habe das Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alliierte Verbände sich an Ziel, Charlie 1 Sektor Alpha unter Kontrolle Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie haben die Kontrolle über Sektor Bravo übernommen Ihre Truppenstärke hat sich halbiert Eines unserer Ziele wurde abgegessen Lade Waffe nach! Wir haben die Kontrolle über Sektor Bravo übernommen! Sprengladungen bereit! Feindliche Kampfverbände attackieren eines unserer Ziele Alle Sektoren gesichert! Aber sie werden garantiert zurückschlagen! Verdammt! 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 Die Russen greifen eines unserer Ziele an! Verdammt! 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 Kopfdreffer, Kopfdreffer, Kopfdreffer. Kopfschuss. Feindliche Einheiten haben von Charlie 2 abgesehen. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Schuss! Mark, engage this area! Kontakt am Boden! Sünder aktiviert! Charlie 2 wird angegriffen! Charlie 2 wird angegriffen! Schuss! 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 Schuss, Schuss! Scheiße, noch eins! Sie greifen eines unserer Ziele ab! Das war ein höllischer Kampf! Oh Gott! Da muss man sich nicht mehr vorstellen, 8 Stück. Oh, ich noch Platz 2. Ok, mit 25 Kills. Mhm. Okay, mit 25 Kills. Okay, mit 25 Kills. Ein Unterlauf? Natürlich. Geht's endlich los? Natürlich, Süße. Okay, mit 25 Kills. Okay, mit 25 Kills. So, auf jeden Fall Krieg geht los gegen die Russen. Die Russen. Wir machen die Russen fertig. Von allerfreund. Immer diese Ladezeit. So. Wir können es mit einer Armee aufnehmen. Das ist sowieso. Mit einer ganzen Armee. Russische Flugzeuge sind in ägyptischen Luftraum eingedrungen und nehmen Kurs auf eine Forschungseinrichtung in der arabischen Wüste. Angesichts der weltweiten Hungersnot muss sich ihre Bedeutung nicht betonen. Vorsicht! Durch das Gebiet verläuft eine Barriere, die die Bewegungsfreiheit einschränkt. Koordination ist der Schlüssel für unseren Erfolg. Wir nehmen die Kampschat. Macht euch Marschweiz. Wir lassen ihn ja abschürzen. Wo ich ganz ehrlich sagen. Ihr fliegt da nicht so gerne mit. Mit denen. Aber ich hab was vor. Und dafür brauche ich den. Wasser zu sagen. Das ist gut. Und dafür bin ich. Aber ich bin wieder. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Falsche Richtung. Kommt zurück ins Kampfgebiet. Falsche Richtung. Der Versorgungsabwurf ist jetzt abrufsbar. Ein Ziel ist jetzt in russischer Hand. Wir haben Sektor Alpha eingenommen. Kontakt! Russische Einheiten vor Ort. Reif sie zurück, Truppen. Wir kontrollieren den Großteil der Sektoren. Verbündete Truppen sichern Delta 1. Sektor Charlie ist in Feindeshand. So, wir sichern Delta 1. Wir sichern Delta 1. Ich brauche Rückendeckung. Ich möchte, dass ihr das Ziel verteidigt. Wir werden von hier aus alles überwachen. Wir werden von hier aus. Alliierte nehmen Ziel Delta 1 unter Beschuss. Großteil der Sektoren unter unserer Kontrolle. Vorrücken! Ich gehe voraus! Seid vorsichtig da draußen. Ich brauche einen Lagebericht. Knopeds haben Sie rasch eingenommen. Jetzt müssen Sie sich halten. Alliierte sich an gerade Ziel Delta 2. Danger at the marker! Kommt schon! Kommt schon! Ich brauche jede Verstärkung, die ich hier kriege. Ich brauche jede Verstärkung, die ich hier kriege. Ich brauche jede Verstärkung. Ich brauche jede Verstärkung. Ich brauche jede Verstärkung. Wir haben ein Ziel gesichert. Ich brauche jede Verstärkung. Ich brauche jede Verstärkung. Ich brauche jeden Dream darken. Dann lasse! Wiste Zeit ist im Roman. Ah! Ah! Bommer! Jeronimo! Alliette Truppen nehmen sich bravo rein vor! Alliette Truppen nehmen sich bravo rein vor! In order! Sektor Alpha unter Kontrolle! Sektor Alpha unter Kontrolle! Be6! Dez frågor! Schnell! ... Sie bieten enorme Resorten auf, um im Spielzug ein. Was ist denn eine Träcksau? Eine Träcksau. Wir haben einen Sektor, Charly. Possible threat on my mind. Alles klar! Ein Fahrzeug könnte jetzt reichen! Mein Gott, ja hier! Ist doch nicht so schön, wie er Wut uns da holen. Diese Biene. Scheiße. Gehen wir! Scheiße! Gehen wir! Oh Gott. Das war's für heute. Gegner neutralisiert schweine kameraden schweine bei der umfahrzeug Schweine 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 Alliiert er sich an gerade Ziel, Delta 2. Oh, ich bedenke den kurzen Sprung unter Fallschirm. Pass los, Pass! Ich muss gleich nur die ganzen Rektonen schützen. Wes, gerade über die Güst! Wir reifen Sie auf! Weiter so. Wir sind schon auf halbem Weg nach Hause. Ziel erobert und gesichert. Sektor Delta unter alliierter Kontrolle. Stirb. Stirb, Sau. Ha ha! Threadmarked! Passwort Thread! All right! Delta 1 wird angegriffen. Herr Bitter, ruhig Deckung! Die Russen haben Sektor Charlie. Die Russen haben Sektor Charlie. Dinger, vor dem Weg! Dinger, mit Feuer! Dinger, mit Feuer! Dinger, mit Feuer! Verbändete am Boden! Oh no. Stegwit! 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 Glade! Wachtel nach! einer unserer Zieler wurde angegriffen. Schlecht Wetterfront am Horizont, Leute! Schützt euch so gut es geht! Injun in the Area! Watch out for the storm! Looks like they aren't. BOOOOOM Du MOTHERFUCKER Dieses Kameranschweinchen Ziel Alpha 2 steht unter Beschuss Nicht mal lange, ich komme GLEBIT ISTEN GLEBIT 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Danger mark! Was ist das? Delta 2, Delta 2, Schall, wir nehmen jetzt Schallig 2 ein, wir nehmen Schallig 2 ein, der Plan ist Schallig 2 ein. Ressourcen für Versorgungsabbruch. Weiter, weiter, weiter! Ja, Kaffee, ich bin nicht dran! Aufpassen, 12 Uhr! Ich habe einen von ihnen erledigt! Ha! Wir sind hier oben sicher! Ziel neutralisiert! BOOOOM! BOOOOM! Per Kopfschuss! Hohohohohohoho! Nein, schau zu uns! Sie ziehen sich zurück, gute Arbeit, No-Pads. Ihr habt euch einen Haufen Freunde gemacht. Die Meissnale zielte ein Oberrohrer. Ha ha, Platz 1, boah mit 94 bunten Hu hu hu! Woo! Die Dunkel Polin Die Dunkel Polin Geht's endlich los? Geht's endlich los? Halt Power Panzerbrechend. 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 So, ich sag jetzt mal später. Und dann mach ich später mal weiter. Aber jetzt bei LS22.